Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming, und wir spielen unser erstes Pokanspiel gegen Borussia Dortmund. Der BVB. Riemann Olympiastaden, oh Mann. Machschau, mach das wie ein Spielwettlein. Ob man wieder gegen den Olympiastaden. Ob man wieder gegen den Olympiastaden. So, und jetzt spielen wir weiter hoch. Spielen unser erstes Pokalspiel. Im deutschen Pokal. Das Ziel ist, Pokalsieger. Oh, Weidenfeller spielt den Team. Okay, gut. Und Lewandowski ist ein ehemaliges Team. Bayern tut sich jetzt ein bisschen aus, aber die wissen. Das 1 zu 1 im letzten Spiel aller Wahrhafte. Und weiter geht's hier, geht um den Einzug in die nächste, in die dritte Runde, Leute. Hä, warum hat denn da den übergepasst, Alter? Hä, warum hat denn da den übergepasst, Alter? Oh, ho, 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 ho. Dortmund spielt offensiv. Oh, Dortmund spielt offensiv. Oh, Mann. Heldos. Ziemlich offensiv. Junge, Junge, Dortmund macht's. Boah, Junge, Junge. Bayern muss ein bisschen aufpassen heute. Meine BVB räumt hier gut ab. Oh, Mann. Das Spiel wird richtig spannend. Das wird ein entscheidendes Spiel. Boah, Mann. Immer aufpassen, Leute. Lang zum Spielen, das ist immer wichtig. Boah, Mann. Boah, Mann. Boah, weiten Fälle, gut gehandelt, Junge, Junge. Muss man schon sagen. Oh, hä, was war das? Komisch. Okay, schön, mal weiter. Boah, Mann. Boah, Mann. Was war nix? Dortmund hat, wo wird's Glück hat? Was war denn das? Oh, das war doch gepaul. ich habe gerade gedacht da gibt es rote oder so das habe ich fast gedacht Leute ich dachte dass er noch Geld gibt Lewandowski macht sein Tor Leute schönes Tor von Lewandowski und Lewandowski macht sein Erster wieder im Pokal so jetzt müssen wir endlich das Tor halten und wieder nicht so wie beim Tor von Lewandowski jetzt Pressinger aufhalten Leute ah die Welle die kriege ich irgendwie nie die Backe finde ich das war glücklich ich wollte nicht so viel faul weil wenn man so faul dann gibt es schnell Elfmeter und das ist halt immer so 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 alle Wagen sieht gut aber die Durchführung die wir hätten lieber eine halbe Söhne selbst halt und dann weiterspiele schießt solle und nicht von so, aber macht die nix, wir führen immer noch 1 zu 0, das sind auch wichtig Boah, noch eine Halbzeit Leute und dann haben wir uns die nächste Runde erreicht oh, können, oh, Gladbach und Karlsruhe führt, oh, und Scholke führt und die anderen Spiele noch na, wir machen natürlich wieder weiter oh, und, oh, nur Riescharin, jetzt, boom, BVB eingelegt für Kaka, oh, Mats Hummel ist gar nicht im Ziel drin okay Boah, Mann! Oh nein! Was war das für ein scheiß Fehler von mir? Oh Mann, das war ein richtiger... Ah... Mann, meine... Oh Mann! Oh Mann, jetzt rennen wir wieder nach vorne und müssen wieder nach vorne stehen. Das nervt man sich mal jetzt nicht. Aber das war halt unser Fehler. Oh Mann, no meter! Schon wieder so eine mega gute Torschose. Aber ein dominiert weiter. Warte ein bisschen, warte ein bisschen, warte ein bisschen. Oh nein! Oh nein, jetzt schon wieder so ein schnelleres... Nein! Oh Mann! Oh Mann! Alter, was ist denn so los, Alter! Zwei Kontertreffer kassieren! Ach... Zwei Konter Tore! 3 bank leise ich bin nur jetzt kriegt man eine packung glaube ich noch 3 1 das nervt mich jetzt oh man wir fliegen in der 2. runde raus leute wir werden wie es aussieht nur noch in der bundesliga spielen können aber man lasst ein bisschen spiel 2 kon 3 eigentlich waren ein fehler und 2 kontertoren und 2 kontertoren das war so nervig man man 2 1 richtiger fehler und 2 kontertoren das ist oh man das heißt die deutsche meisterschaft müssen wir es schaffen oh man sonst kann ich die Saison abhaken 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 5 6 7 6 7 8 7 5 1 8 1 2 1 1 Niederlage. Oh mann. Jetzt wird Morissi nur mal, oh mann, krieg ich noch die zwei Tore, das wär natürlich. Die zwei Tore wär, ah na, die sind so. Oh mann, die Fernschüsse, die krieg ich einfach noch nicht geparkt. Heute krieg ich mal einer. Oh mann. Oh, das Spiel, das, oh mann, oh mann. Dortmund spielt einfach ein super Spiel, das kann man jetzt anders sagen. Oh mann. Wenn einfach zwei Konter Tore gekriegt. Oh mann. Zwei Konter Tore, oh mann. Oh mann. Richtig müde, oh mann. Oh, ich komm einfach nicht durch, oh mann. Ich blach auch, Mann. Niederhabe. Und zur Erste Saison wieder lachen, Leute. In der Spielkunde. Oh mann. Oh mann. Ich blach auch, Mann. Das war jetzt ein richtig mieses Spiel, oh man, die Dortmunder kommen weiter, ich fliege durch drei, eigentlich durch zwei Leistungsfehler, ein Leistungsfehler und zwei Konzertor, oh man, das nervt mich jetzt so richtig, so, jetzt heißt das, wir spielen nur noch in der Bundesliga, oh man, ist das ein Scheißer, richtig ein Scheißspiel, oh man, oh man, ich habe ein Filp, oh man, ich habe ein Filp, nein, oh man, ich will ein paar neue Spieler nehmen, so, Kimmich mal, Benazio wird für rote reinkommen, so, so, so passt, so passt, okay so, das ist jetzt echt mies, aber somit sagt, euer Peter Game nach Wiedern, tschüss, bis dann, und pgb. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020